Wollen Sie im Internet so richtig bekannt werden? Wollen Sie in den Suchmaschinen wie zum Beispiel Google ganz oben stehen? Sollen sich die Besucher in Scharen auf Ihrer Webseite drängeln? Wollen Sie Ihren Online-Umsatz deutlich steigern? Dann machen Sie es wie ich und setzen Sie in kostenlosen PR-Portalen Pressemitteilungen ein. Auf diese Weise bin ich Googles Liebling geworden und der meiner Kunden. Allerdings macht das Schreiben und das Hochladen von Pressemitteilungen einiges an Arbeit. Die wollte ich mir größtenteils ersparen. Deshalb habe ich einiges für diesen Zweck, ein einzigartiges Windows-Programm entwickelt. Lassen Sie sich helfen von meinem Windows-Programm der Pressemanager. Selbst wenn Sie absolut keine Ahnung vom Schreiben haben, können Sie mit dieser Anwendung mühelos und rasch Texte und Headlines bzw. Schlagzeilen auf Profi-Niveau entwickeln. Und das anschließende Einstellen auf Hunderten von Gratis-PR-Portalen geht ebenfalls wie geschmiert. Gut möglich, dass Sie sich anschließend vor Besuchern kaum noch retten können. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsunline.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher KARA 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 KARA